Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Outlaws und dem Beagle. So, meine absolut schlechten Stealth-Künste haben mich bisweilen immer noch verlassen und jetzt will ich hier rausschleichen und ich ahne Böses. Ich muss ja nur darüber, also... Ja, genau, einen Tag nach dem anderen. Macht das super. Wo bin ich hier? Hey, ich hab da was, das dich vielleicht interessieren könnte. Cool. So leicht wär's gewesen. Naja. Äh, die Frage ist, wo muss ich hin? Okay. Dann machen wir nochmal eine Schnellreise dahin und gehen hierhin zurück. Der Wind bleibt stark und der Wind ist auch zu euch gekauft. Hier irgendwo soll mein Schiff sein, hab ich gehört. Ne, wo muss ich denn hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Aber sonst ist alles völlig gut. Ähm. Festhalten. Alter, was macht dieser Blaster? Äh, dieser Gleiter. Der Flug zur abgewandten Seite von Verschaffung und den besonnenen Aktivitäten... Das wäre halt nett, wenn mir sowas angezeigt wird, aber ist okay. So sieht unser Leben jetzt wohl aus, was nix. Wir sind allein. Also, komplett allein. Mit einem Todesmal. Aber wir können es loswerden. Wir brauchen nur genug zum Überleben, bis wir einen großen Kuh landen. Dann hält uns niemand mehr auf. Nie wieder. Dann sind wir gemachte Leute. Ja, ich weiß ja nicht. Was kann ich hier... Was machst du hier draußen? Na gut, wie viel willst du, Kleiner? Wenn's nicht zu viel ist... Also, was ist das für ein Ort? Mhm, und? Wenn du mich anlügst, will ich meine Kredits zurück. Okay. Jetzt hören sie auf zu reden, weil ich hier bin. Gut. Ein Wasserfallvorratslager? Wie find ich das denn? Zeig mir das doch mal. So, was haben wir denn hier? Tislak Territorium. Tresorraumschlüsselkarte. Wasserfallvorratslager. Aha. Sabotage. Peikbildererstation. Windtunnel. Wie wär's, wenn wir erstmal den Schlüssel holen? Der ist gar nicht weit weg, ne? Fack. Mein Gleiter hat mit nix was zu tun, ey. Naja, egal, was soll's. Gleiter rennen? Warte mal. Ich weiß ja nicht, ich bin davon jetzt nicht so überzeugt. Du hast jetzt nicht so viel, ne? Okay, versuchen wir's mal. Und da ist ein bisschen Bart. Aber wo ist denn jetzt, sprich mit dem Mann, Werkstatt des Pike-Syndikats? Habe ich jetzt das Falsche markiert? Aha. Hm. Ob man ne Trophäe dafür bekommt, wenn man ganz viele Tiere gestorchelt hat? So, wo ist diese scheiß Werkstatt? Warte mal was? Bist du bereit? Bist du bereit? Ich entferne mich? Warte mal was? kann ich irgendwie rückwärts fahren ja in cyberpunk hatte ich das irgendwie auch ein bisschen aber da habe ich genossen hier habe ich einfach gar nichts gehabt ich habe keine ausrede hierfür oh gott ich darf nicht da rein steig ab ich muss mich wo kommen die denn alle her mal wie frech seid ihr denn was habe ich getan leute da bin ich aber richtig rein gerasselt das ganze doch nochmal diesmal ein bisschen schlauer ich sagte schlauer nichts was ist wiese schauen wir mal ob wir das jetzt hinkriegen da vorne muss ich hin das ist gar nicht so weit entfernt ich will ja nur da rein und das darf nicht sein nein ich scheitere daran dass ich nicht hier hochklettern kann leute das geht gar nicht kein verstecken ich komm nicht durch den schild ja dankeschön Oh, Leute, das ist doch nicht zu passen. Oh mein Gott, das war anstrengend, Leute, das funktioniert leider so nicht. Was haben wir denn hier? Einen reisenden Händler, imperiale Konsole, da ist meine Quest, da ist der Wasserfallvorratslager. Versuchen wir es doch mal damit. Das wollte ich nicht. Was war das? Oh Gott, Leute, das war jetzt heftig. Das ist noch nichts für mich. Oh, sag mir nicht, ich habe meinen Ruf jetzt endgültig bei denen zerstört. Dürftig, dürftig. Naja, ich bin noch dürftig, also alles gut. Das geht auch. Interessant. Was gibt's denn hier? Gar nichts? Sagt die Karte dazu was? Nö, die Karte sagt doch nichts zu. Okay. Achtung, unsere gestohlenen Vorräte wurden in einem Piratenlager gefunden. Eine Eingreiftruppe ist unterwegs, um imperiales Eigentum zurückzuholen. Gestohlenes imperiales Eigentum. Wie kann ich da Nein sagen? Wo denn? Wo? Okay. Hä? Okay, wenn ich jetzt hier einfach gerade ausfahre, müsste das klappen. Nee, ich bin nicht da. Ähm. Och, wo, was? Ich habe keine Angst vor dir. Hoffe ich doch. Wo ist sie denn? Weiß ich nicht, wo bist du? Bushiwata! Wo? Oh. 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 Ich hätte schwören können. Ich hätte schwören können. Ich hätte schwören können. Ich hätte schwören können. Wir haben sie verloren. Die sind hinter uns her! Ich war immer zu dem die gehören. Puh. Was war's? Okay. Aber das war gar nicht mein Ziel, fällt mir gerade auf. Naja. Na los, das geht schneller. Okay. Hm. Hiiii. Na gut, schauen wir mal. Achtung, Eingreifgruppen. Ich will, dass der ganze Bereich durchfuhren wird. Eliminieren Sie alle vermieden Piraten und hässlich die gesprungenen Vorräte. Ich werde die Märten nicht mal, wenn ein Teil zur Vorräte fehlt. Wie viele gibt es denn von denen? Wie viele gibt es denn von denen? Okay, dann schauen wir mal. Ja. Ich meine, ich brauche ja Kredite. Also alles gut. Ähm. War das jetzt alles? Ist da nichts mehr? Ja. Na gut. Da haben wir ziemlich gute Beute gemacht. Naja. Ach, ich drücke immer den falschen Klopf, Leute. Hm. Jetzt lasst mal schauen. Was habe ich denn jetzt hier? Das da hinten habe ich markiert, ne? Da möchte ich auch wirklich hin. Was? Schatz. Was heißt das? Es gibt einfach zu viele Sachen, Leute. Wo ich sage, hä? Was wollen wir von mir? So, zum Beispiel hier denke ich mir. Was wollen die von mir? Schauen wir mal. Ja. Nix. Ich weiß. Ich bin auch ein bisschen überfordert mit einem. Hey. Hast du kurz Zeit? Ja, vielleicht. Was? Willst du etwas von mir? Deine Meinung. Meine Tochter will zum Arbeiten nach Mirogana, aber mir bereitet das Imperium Sorgen. Die Stadt ist mehr als nur das Imperium. Du willst nur nicht, dass ich gehe. Warte noch eine Saison. Wenn die Imperialen fort sind, reden wir drüber. Ach. Ist das zu glauben? Was meinst du? Ach. Mit dem Imperium ist nicht zu spaßen. Gegen die kommt niemand lang an. Lieber den Kopf unten halten. Was? Soll ich mich also auf ewig vor denen verstecken? Wie der Wind das Amberin bezwingt, wird auch das Imperium vergehen. Wenn ich nicht vorher vergehe. Danke. Eines Tages wird sie es verstehen. Wird sie das verstehen? Danke. Ich weiß es nicht. Die Farm. Wo ist das? Ah. Ich nähe mich. Jodi. Hier soll ein Schatz sein, habe ich mir sagen lassen. Warte mal. Erst berate ich die nicht und dann beklaue ich die? Jesus Christ. Da ist tatsächlich was drin. Hm. Hey. Halt das mal offen. Äh. Kannst du das für mich offen halten? Nee, er lässt dann immer los. Dann mache ich irgendwas falsch. Komm. Hey. Halt das mal offen. Und dann? Ich darf gar nichts machen, wenn er das macht. Kannst du das für mich offen halten? Ich verstehe das nicht, Leute. Ich, ich. Nix. Halt das mal für mich, ja? Das ist es anscheinend nicht, was sie von mir wollen. Na? Ja. Ja. Aber was wollen sie dann? Hey. Halt das mal offen. Nix. Nix. Halt das mal für mich, ja? Oh mein, das scheint's nicht zu sein. Kann ich das vielleicht noch gar nicht machen. Ist es das? Das erklärt mir auch keiner. Das erklärt mir auch keiner. Ach. Das erklärt mir auch keiner. Ne, warte mal was. Ne, doch, doch, doch. Hier. Ein Orientierungsspruch. Der soll hier irgendwo vergraben sein, der Schatz. Aber wo? Ah, da ist noch mehr. Hm? Warte mal. Kannst du das für mich offen halten? Ne, irgendwie scheint das nicht das zu sein, was sie von mir wollen. Ich versteh nicht, was sie von mir wollen. Ich will da rein. Ich bin schon ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Kann ich das jetzt einfach noch nicht lösen? Oder wie? Hey, halt das mal offen. Kann ich denn? Nix. Schnapp dir das. Gut gemacht, Nix. Willst du das haben, Nix? Dann hole ich mir das jetzt so. Auch gut. Dankeschön. So, was hatten die jetzt gesagt mit dem Schatz? Sabotage. Ne, ne, das meine ich gar nicht. Wasserfallvorratslager, Windtunnel. Was? 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 Ist doch hier, oder? Gut. 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 Was? Und jetzt auf, das ist doch. Saara. Was? 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 imperial ist irgendwas das ist die stadt selber okay ich bin ein bisschen verwirrt bin ich ehrlich ich habe keine ahnung dann halt so wo ist mein gleiter irgendwelche über der farm nicht fündig also habe ich ziemlich zeitverblümpert daran dass ich da nicht fündig werde aber ist okay das sind mir ehrlich gesagt zu viele schätze okay schauen wir mal sie sagten hinter einem wasserfall das sollte ja funktionieren er ist gelogen gewesen oder was aber wir sind doch gesagt ich verarschen hinter einem wasserfall also verarscht mich nicht wie gibt es nur einen wasserfall wasser wasser jetzt. Achso. Äh. Aua. Bin ich immer noch im Gebiet? Er anscheinend. Genau das Richtige. Ah. Hinter einem Wasserfall. Hab's gefunden, Leute. Wenn auch auf sehr unkonventionellen Wege. Hey, kleiner Bruder. Ich hab deine Vorräte gefunden. Und weißt du warum? Weil du ihn hinter einem Wasserfall versteckt hast. Ganz schön offensichtlich, meinst du nicht? Weißt du, in welchen Schwierigkeiten wir stecken, wenn du die Beute nicht ablieferst? Zum Glück ist deine schlaue Schwester hier, um die Kuh vom Eis zu holen. Ich hab das Zeug in Tante Nessas neuer Bleibe verschlossen. Sie ist neben dem Plateau südlich von Jintaus Hoffnung. Alter, ist der jetzt? Da hab ich keinen Bock drauf. Ich hab eigentlich gedacht, ich mach jetzt irgendwas cooles, aber... Und was soll das jetzt sein? Da hinten? War ich da nicht eben erst? Sophia's Farm. Ja. Ja, aber da komm ich ja nicht rein, also... Ja. Schlüsselkarte. Windtunnel. Wir gehen erstmal hier mit dem Blaster. Ne, mit dem Blaster. Und dann schauen wir mal. Wie wär's mit ner Spritz? Beziehungsweise ich mach jetzt mal nen Cut rein. Wir sind's in der nächsten Folge wieder. Habt nen schönen Tag. Und, äh, nix, was machst du da? Er weiß es selbst nicht. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. năm. äng. Wie es habe ich colチere. Untertitelung des ZDF, 2020